Hallo Freunde, Herzlich Willkommen wieder zurück zu Getterland, mit dabei der im Bauhaus, der Max Lefio. Dann hat er dir die Ender Query geholt. Achso. Weil die findest du nämlich in Höhen. Die beiden hatten wir, mehr hatten wir nicht. Sehr schön, wir hatten ja jetzt nur mal bloß einen. Wir brauchen aber jede Menge, weil wir kein Level mehr haben. Wie viel, wie weit bist du mit deiner Spitzhacke? Eine Effizienz 4. Eine? Ja. Dann brauchst du 2, ne? Noch eine Effizienz 4, um eine Effizienz-Dingeln zu kriegen. Äh, Endfort, du übertönt uns alle. Wolltest du dich Push-to-Talk anmachen? Warte ich eigentlich. So. Ähm. Schlecht. Ähm. Ja, weil du übertönt uns mit deinem Tippen vom Sprechen hier. Okay. Äh. Essenceberry. So. Warte mal, du hast ja was vorbereitet. Ja. Hab ich. Ah genau, hier ist es. Äh und zwar. Der hat vorbereitet. Dieses Gerät. Dieses Gerät. Dieses Gerät. Also Replikator-Scanner. Die Pattern-Storage. Die Pipes hab ich dafür noch nicht gemacht, ne? Ja, die Pipes ist kein Problem. Das mach man dann schon. Mal grad weiter entschaden. Ne. Ähm. Du hast dann noch die... Ähm. Die Recycler hast ja auch, ne? Sechs Stück. Sechs Stück. Ja. Bis dich. Eigentlich gemacht haben. Jaja, hast schon. Ich hab schon. Okay. Na, pass auf. Dann werden wir jetzt ganz einfach mal schauen. Die Recycler werde ich, glaub ich, übers ME versorgen. Oh, ich hab's so gemacht. Vier Channel. Sechs Stück. Wiedersehen. Vier Channel. Ich bin jetzt echt grad... Überlegen. Ich kann überlegen... In die Richtung zu bauen. Wern wir, glaub ich, auch machen. Das in die Richtung hier reinzubauen. Oh, unser ME Drive ist grün. Geil, oder? War bei langer langer nicht so. Warte auf. Ich bin jetzt grad am überlegen, dass wir die Recycler... Die Recycler hier reinsetzen. Die werden übers... Bitte? Ich hab kein Level mehr raus. Leer. Alter. Feierabend. Überleg mal, wie viel Level das waren. Über 100 Level waren da drin. So. Ähm. So schnell geht es nicht, Buddy. Hä? Die wachsen noch relativ schnell, die Essenzteile. Oder nicht? Boah. Nee. Eigentlich nicht. Doch. Es dauert eigentlich immer nur noch ein bisschen. So. Pass auf. Ich sag mal, meine Schaubel ist schon wieder eingelagert. Leck mich doch fit. Ich kann eigentlich direkt von hier ein Kabel wegführen. so. Dann hab ich 8 Channel. Wie viele haben wir? 6, ne? Oh, ich setze jetzt erstmal. Ich setze jetzt erstmal 6 Stück. 1, 2, 3. Ist das wie alle in einer Reihe? Ja, ne? Schaut gut aus. 4, 5, 6. Sehe ich zum Beispiel den Koppel nicht im System. Du kannst doch gar nichts, Alter. Ist so. Nu. Der muss den auch erstmal da rein machen, ne? Das dauert ein bisschen. So. Dich machen wir mal weg da. Und setzen dich mal hier hin. Müsst ja eigentlich rein theoretisch funktionieren. Ähm. Home. Oh. Caps activated. Ich muss mal kurz neu joinen, ey. Home. Oh, was ein Noob. Ich hab schon wieder FPS Problem. Oh. Also nix. So. Boah. Okay. Also Buddy. Jetzt hab ich schon mal. Hier. Ach. Die brauchen jetzt wieder. Scheiße. Die brauchen wieder einen anderen Strom. Mh. Okay. Haben wir zufälligerweise noch ein Ding übrig? Noch ein, ähm. So ein Tesseract? Kann sein. Tesseract Frame haben wir noch. Zwei volle. Hallo. Hallo. Oh mein Gott. Inventar ist voller Spitzhacken. Ja. Ja. Alle auf Effizienz 1 und so. Tesseract. Zack. Jetzt hab ich nen Tesseract. Ähm. Und dann brauch ich noch mal. Ähm. Wie sind die anderen Dinger jetzt? Weiß. Energy. Die da. Bam. Höh. Oh. Und zählen Rednet Cable. Buddy. Was hämmerst du da rum? Mh. 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 Hier die Spitzhacken. Mh. 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 Hallo. Wir haben kein Plastik mehr. Was soll der Scheiß? Mh. 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 Nach mir viel Level. Dann hätte ich nochmal EINE Effizienz 5 Luis. Level? Ich brauch rubber. Du Arendt kann ich aufzunehmen wenn ich so wenig E processen will. Rubber. Vladimir We degree. Wir haben schonmal 2 Effizienz 4 Spitzarten. Also eine Effizienz 5 schonmal. Wir brauchst 2. invasionige Dark Hunter Pak vous. Add auto� median. Für was? 1 사고. Ich mach das gerade auch mal. Ja, dann müssen wir flüssige... Ah, die hätten wir ja gehabt. Das sagst du jetzt, ne? Ich hab noch Level. Ah, er hat noch Level! Geil, danke. Geh mal, geh mal, geh mal zu Raven Fetter. Und... Raven Fetter hat keiner. Was? Echt nicht? Ja, echt nicht? Boah! Hast du das jetzt gebaut? Ja. Hier bauen gleich unten irgendwo ran. Hier unten irgendwo in die Nähe vom... Hier hast du Strom. Da hast du XP. Weil die muss flüssig hingeführt werden, denke ich. Müssen die abwärts neben das hinstellen? Was? Die abwärts für die Ender Query. Ich weiß es nicht. Okay. Wie funktionieren die Auto-Enchander? Weiß ich nicht. Ich hab auch keine Ahnung. Besten und gucken. Maximal Level 8. Kannst mal Bullshit drumherum machen. Du kriegst ja mehr. Ja. Ja. Vielleicht musst du hier irgendwie... Level kriegen. Und dann macht mein Level ab. Warte. 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 Wie viele Level sind denn jetzt wieder zu? Sehr viele. 10. 10. Och. 12. Ja, ich brauche 29, um die beiden... Teile zusammen zu ballern. Dass wir eine haben. Also, maximal Level 8 Kamil verzaubern. Braucht der auch Bücherregale? Ja. Keine Ahnung. Ja, maximal Level 8. Aber da kommt ja nichts raus, ne? Vielleicht ne ganz dabei. Nö. 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 Ich hab keine Ahnung, Buddy. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, ich soll lieber auf die alte Methode wieder gehen. Ja, da brauch ich Level. Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Dann machen wir erstmal nochmal weiter, ne? Was wir machen wollen. Genau. Tesseract. Tesseract. Plastik dahinten. Och. Pzzzzz. Ne. Puzzle die ganze Zeit irgendjemand vor sich hin. Was muss, das muss. Das muss, aua. Hä? Oh. Was? What? Mann, jaha. Ja, alles umbauen musst. Buddy, geht ab. Und umgebaut. So. Ich hänge hier in der Lampe fest. Ey, unser komplettes Ding ist grün. Oh. Oh. Buddy. Wir sind im Fernsehen. Der Fernseher auch schon den ganzen Tag an. So. Ich hab meinen Teller schon fast aufgegessen. Plastik war früher auch mal einfacher herzustellen. Oh, aufgegessen, Teller, ja. So teuer ist richtig gut. Ne, teuer nicht, aber nervig. Was hast du denn so schönes? Äh, ich? Ich baue gerade Kabel. Du hast mir doch eine Aufgabe gegeben. Du hast doch gesagt, hier, du willst Zero Matter herstellen. Ja, ich brauche Level. Schon verraten. Was? Das schon verraten. Ja, ich hab's ja schon gezeigt. In die Maschinen, oder hast du schon alles gezeigt? Ja, halt, ich hab die Maschinen schon gezeigt. Im Lager. Und? Ja, also kann man sich ja eigentlich rein theoretisch auch schon... Nein. Nein? Okay. Alles wegpieten. Ähm. Muss rausgeschnitten werden. Was auch wir machen? Ich hab mich erst mal auf. Wir machen Strom von unten. Würde ich jetzt mal sagen. So. Mach das, ich brauche Level. Ey, aber wenn ich das jetzt hier... Hab da genug, ja. Weißt, wie viele Import-Busse ich da... Ne, warte mal, das brauchen wir ja gar nicht, Import-Busse. Wir brauchen ja bloß eigentlich einen Import-Busse, und den Rest können wir ja über die normalen Pipes machen. Ah. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nur die Maschinen gebaut, die wir dafür brauchten. Ja, und stellst mich jetzt hier vor das Rätsel, wie ich das jetzt wieder baue. Ja. Machst das schon. Ja, ja. Mach das schon. Keine Angst. Irgendwas knallt bestimmt gleich. Er kann nix knallen. Ah ah. Ben, ich bin weit genug weg. Okay, also Strom, Strom haben sie schon mal. War geflüchtet. Strom haben wir schon mal. Echt? Hm. So. Okay. Pass auf, wenn ich jetzt hier ne Kiste hinstelle. Pass auf. Ne Kiste, ne Kiste. So. Die von da oben. Zack. Das ist ein Giant again. Da oben hinsetze. Pass auf. Chest. Zack. Dann brauch ich einen Export. Ah, ich bin schon keinen mehr, ne? Hab ich noch einen Export was? Ich wär bekloppt. Ich hab noch zwei Export was. Ähm. Warum wachsen bei WM-Fälle? Die, äh, äh, sind wirklich schneller als bei uns. Ich weiß nicht. Dann brauch ich mal Item Ducts. Und zwar gleich die Großen. Genau. Und die hier kein Haus haben. So, aber ich brauch noch ME-Kabel. Du wirst immer. Hä? Du wirst immer. Obwohl brauche ich glaube ich auch nicht. Bei wem Blockauts ja gleich da oben hinpacken. Bei den Leute. Na hallo. Die? Ja, ich hab meine Technik schon abgebaut wieder. Guck mal, da liegen ganz viele Bücher. Willst du welche haben? Ne, ich brauch keine Bücher. Hier. Ich brauch keine Bücher. Boah. Aber es ist keine für... Ihr kriegt das Buch bei. Oh, ich bin nicht. Okay, die Weiß ist online. Und du sollst da reinpacken. Cobblestone. Oh. Oh. Effizient. Ja. Hallo. So. Oh, ich bin im Kreis gelaufen. Bin ich cool. Kein Level. Oh, Level. Was ist? Jetzt hängt mir ja natürlich ausgehend hier die Lampe im Weg, oder? Da leg ich mich doch fett. Da muss ich eh an hier rüber. Die müssen wir auch noch schick machen dann. Level, Level. Löffel? Level. Löffel? Warte, ich gehe am besten zwei rüber. Das wird wie ein Projekt, Alter. Habt ihr noch was Gutes angefangen, würde ich erst mal sagen? Hm. 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 Da hättest du auch rum, ne? Das ist... Aber ätzend zu bauen. Was denn? Ja. Sag ich nicht. Ich hab doch schon. Nee, glaub ich nicht. Das hat doch keiner hier. Nee, doch hat er. Äh, echt? Ja. Der ist auch voll der Subti. Der spielt ja auch alles auf Screen. Hm. So. Warte, ich kann nur sagen, wie viel Scrapbox ich halt noch hab. 367. Insatsch. Ich fahr eigentlich weit zu. Mö, hat noch kurz das nicht zugehört. Nee. Oh, Leckerzaun. Extrakt. Oh, du bedenkst. Oh, die Teile bauen sich doch. Boah, zwei Stück haben wir auch. Adi. Ja. Komm wir hier. Ah, der muss grad sagen wir. Boah, Oberküller. Halte Oberküller. Boah. 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 Der Wegs. Da hat noch ein Schiff in Bayern. Ja bitte. Der ist gut. Der ist gut. Die müssen jetzt weiterleitet werden. Hm. In den Auto-Incharter. Hm? Auto-Quartik-Table. Ja? Genau. Ja und die müssen dann irgendwo hin. Die gehen dann in den Mars-Fabrikator. Genau. Genau. Genau, buddy. Genau, buddy. Genau, buddy. Genau, buddy. So, pass auf. Jetzt werden wir die erstmal hier abführen. Mit Rizinusöl. Dunkel. Dunkel? Ah, warte mal. Dunkel, warte. Oh. Oh. Darkroom. Oh. Okay. Ähm. Jetzt müssen wir die hier abführen. Dann müssen wir die zusammenpacken. Zug. Scrap-Boxen. Ja. Du musst hier die Dinge hoch, ne? Da steht das meine, ne? Da steht nach oben. Ähm. Du kannst hier aber noch, du kannst hier aber immer noch ein Ding machen, ne? Noch ein, ähm. Noch oberglocker reinbauen, wenn du den lange Ball hast. Also so oder so. Wo, wo, wo werden die denn die, die Script-Teile hingebracht? Äh, die wird ja immer nur eins, ne? Wie immer nur eins. Irgendwie nix so? Ja, da kommt nicht immer was raus. So, pass auf. Die müssen wir jetzt hier... Alles verbinden. Ne, ne, äh, so ein Auto-Crafting-Table hast du eingebaut? Ja, hab ich. Okay. Ich hab alles gebaut, was wir dafür brauchen. Bin ich mit so 100% sicher. Wie viel Level haben wir? Von 29. So, Auto-Crafting, ne? Irgendwas mit Auto. Auto-Workbench, ja. Ruckseiko. Ich hab gesagt, irgendwas mit Auto. Okay, dann brauchen wir dann... Am besten... Ähm... Mal mit dem Master Fabricator auch mit da unten hinpacken. Weil dann kann man alles da unten in einer Reihe. Ja, würde ich mal so... sagen, ne? Ich bring den gleich mit. Der Deck ist noch gar nicht fertig, ne? Aber ich bau auf jeden Fall noch, ähm... Item Conduits. Was? Hier schon irgendwas fliegt bei uns bei den Luft. Ich hab irgendwie auch die Befürchtung. T9, Nuke. Ne, noch nicht. Ne, noch nicht. Kann der Reaktor an die Luft fliegen? Wenn zu viel Auto ist? Ne, 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 ne. Der nicht. Okay. Dann bin ich aber gut. Der nicht. Der kann höchstens verhitzen. Was dann? Fängst du Feuer? Fängst du Feuer? Was weiß ich denn? Dachen bei Hitze fangen die Feuer. Ähm... Mit welchem Gerät kann ich... Kann ich sehen, äh... Kann ich die... Die... Die Conduits bearbeiten? Mit einer Range. Mit... Mit einer normalen Range? Ne, mit der Ender-Aero-Range. Okay. Oder... Da brauche ich eine, ich brauche eine Range. Und... Es waren ja eigentlich hinten keine Tiere. Wo? Wo ist da, wo die Kühe sind? Da, wo der Quiner ist? Ja, weil ich das... Irgendwie alles abgebaut habe und ab... Also, was heißt ausge... Äh, abgebaut. Ich habe halt, ähm... Oh, die Lüfter. Oh... Ahne. Hä? Ähm... Willst du mich verarschen oder das? Hä? Eigentlich nicht. Kriegst du mal. Ah, mir fehlt Electric Steel. Ganz unshow ist. Ähm... Enderman! Wir gehen... Wir gehen in Electric Steel wieder. Eisen, Pulverized Coal und Silicon, okay. Wie kann ich denn diesen Dishwasher anmachen, ey? Mit... Mit einer... Seifenwasser. Ah, richtig. Ja, den da oben reinlegen und starten. Und aber... Du... Du musst aber was da reinlegen. Ah... Äh... Quatschig, komm mal... Komm mal vorbei. Ey, was ist... Was haben wir eigentlich von der blöde Ender Query, Alter? Der hat nicht mal Sand hochgeholt. Der hat ja gescheißen, ne? Guten Tag. Der kann doch gar nichts, Alter. Oh! Alter, ist es nicht schnell. So, wo ist denn jetzt hier deine Waschmaschine? Hier. Ja, Waschmaschine ist Max genau der richtige. Unten? Ja. Ja, bin ja. Der Profi hier. Ja. So, die Spielmaschine. Du warst Meister. So, das, das und das. Gibt Electric Steel, okay. Gut, ich würde trotzdem sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch morgen wieder ein bei Crash... Ne, bei Gatherland. Crashlanding sind wir ja gar nicht. Bei Crashlanding. Dann würde ich sagen, bis dahin, ciao! Tschö. Tschö.